Da hat er da eine echte Handy-Kamera und nimmt mit einer Handy-Kamera seinen Bildschirm auf, um ein Betriebssystem das geile Design vorzustellen. Oh yeah, Kompis, super. Mensch, das ist ja völlig innovativ. Für ein Jahr 1998. Oh man, das wird ein Abenteuer. Naja, los geht's. Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagzeit für SonntagsOS und heute widmen wir uns mal dem wahrscheinlich besten Linux-Betriebssystem, welches jemals erstellt wurde. Best Linux OS ever made. Und der Betreiber sagt sogar, und wahrscheinlich die einzige Distro, bei der du je bleiben wirst. Und ja, da sind meine Erwartungen natürlich jetzt ziemlich hoch, wer solche Aussagen macht. Und deswegen schauen wir mal, wie es sich hier mit eLive so verhält. So, eLive ist ja ein schon ziemlich altes Betriebssystem. Das gibt es schon seit, ja, ca. 16 Jahren. Und der Name eLive bedeutet im Prinzip Enlightenment Live CD. Deswegen ist auch noch die Domain eLiveCD.org. Ja, das E steht eben für Enlightenment Desktop. Damit ist eben die Desktop-Oberfläche gemeint. So, wir schauen mal auf die Webseite. Die sieht natürlich sehr, sehr schön designt aus. Auch das Logo hier, das ist so ein bisschen animiert. Wenn man das richtig sehen kann, ich kann es mal so ein bisschen größer machen. Ja, da dreht sich irgendwas drin. Und ja, dann schauen wir mal, was hier so die Keypoints sind. Hier wird dann so erklärt, was eLive ist. Wie alt ist es? 15 Jahre alt. Mittlerweile sind es wohl schon 16. Ist ein Debian. Und ist perfectly stable. Also Debian stable. Sehr gut. Enthält eine volle Suite von Anwendungen. Auch das ist sehr, sehr gut. Und hier sind auch noch mal ein paar Keywords, die hier hin vermissen werden. Zum Beispiel Virus protected, cost free, super fast, intuitive. Ja, try before install, das ist aber auch gar nichts Neues mehr. Spyware free, also wir haben nicht nur Virus protected, sondern auch spyware free. Das sind natürlich Aussagen, die ja so mittlerweile auch gar nicht mehr so leichtfertig getroffen werden sollten. Denn auch Linux Betriebssysteme werden nach und nach irgendwann auch Opfer von Viren und Spyware bleiben. Nämlich besonders dann, wenn die Beliebtheit halt nach oben geht und immer mehr und mehr auch Linux als Desktop Oberfläche nutzen. Denn Viren gibt es ja zum Beispiel auch oder auch Spyware gibt es ja durchaus auch auf Linux Servern, die ja immer und immer wieder gehadent werden müssen. Also die geschützt werden müssen vor Eindringlingen von außen. Also dieses Virus free, da würde ich mich nie drauf verlassen. So, Multiple Screens in All Languages. All Languages ist das, was für uns wichtig ist, weil wir wollen das ganze System ja auch gerne auf Deutsch haben. So, dann haben wir hier noch weitere Sachen, wie zum Beispiel Encryption ist mit dabei. Ach, das ist völlig in Ordnung. Und die Treiber scheinen alle schon mit vorinstalliert zu sein. Nvidia sehe ich hier zum Beispiel und auch WiFi Treiber. Ja, und dann gibt es hier ein ziemlich witziges Video. Das ist das Stable Design Video. So eine Art, ja Werbevideo könnte man sagen. E-Live Design. Was ich ein bisschen witzig finde, ist halt, dass das irgendwie mit einer Handykamera aufgenommen wurde oder so eine Handykamera, einen Bildschirm aufgenommen hat. Das wirkt alles irgendwie ein bisschen, ein kleines bisschen fremdschämend. Aber ich meine gut, der Ersteller hat sich da wirklich Mühe gegeben. Und ich musste hier auf jeden Fall das Video hier auf stumm schalten, denn es läuft hier die ganze Zeit, dass die Musik von Boogie Wonderland, also wirklich Abbeat ohne Ende. So, zweieinhalb Millionen Downloads hat es schon gegeben. 2,2500 eigene Pakete. Da bin ich dann auch mal gespannt. Und was ich aber auch sehr interessant finde, ist die Rezensionen hier. Ich weiß nicht, ob das Fake-Rezensionen sind oder so. Aber das möchte ich einfach hier niemanden entgehen lassen. So hier Franco zum Beispiel, sagt er, er sei 50 Jahre alt. Das ist ungefähr auch so meine Zuschauerschaft. Also ihr seid im Schnitt tatsächlich auch um dem Alter ungefähr. So, also ich bin 50 Jahre alt, hatte mit vielen Betriebssystemen schon probiert, das Windows Mac und so. Und er ist ein IT-Berater, IT-Consultant seit über 20 Jahren und hat sich jetzt im Prinzip in eLife verliebt. Ja, das verspricht natürlich vieles. Was haben wir noch? Wir haben K-Bell. Sie schreibt, dass das Windows-System nach drei Jahren, ja, aufgehört hat zu funktionieren. Was ja quasi bei Windows nahezu normal ist, weil nach drei Jahren gibt es einfach eine neue Windows-Version. Und später hat mein Freund eLife auf meinem Laptop installiert. Ich vermisse Windows überhaupt nicht. Ich danke für dieses tolle Betriebssystem und super user-friendly für den Durchschnittsnutzer, wie ich es bin. Ja gut, das kann man mit MX Linux und Linux Mint natürlich auch haben. Die sind da genauso benutzerfreundlich. Oder mittlerweile jedes Linux-Betriebssystem, das ich hier schon, oder fast jedes, was ich jetzt hier auch schon auf diesem Kanal vorgestellt habe, das trifft eben auch auf das zu. So, was haben wir hier? Fito. eLife war der einzige Weg, meinen Kindern die Nutzung von Linux schmackhaft zu machen. Und jedes Mal, wenn ich denen irgendwelche anderen Systeme vorgestellt habe, haben sie es vorgezogen, Windows XP zu nutzen. Da merkt man auch mal, wie alt die Rezension ist. Das ist noch zu Windows XP-Zeiten. Aber ja, eLife ist ja schon sehr, sehr alt. Heutzutage wird er mit seinen 5-, 7- und 9-Jährigen wahrscheinlich mit eLife auch nicht mehr so punkten können. Now they are fans of eLife. Note they have 5, 7, and 9 years. Also sie haben 5, 7 und 9 Jahre alt. So, excellent work, okay. So, machen wir weiter. Was haben wir hier noch? Thomas sagt, eLife hat seinen PC gerettet. Es läuft jetzt wieder wie neu mit einer Menge neuen Features. Alles läuft out of the box und ist elegant und leicht zu bedienen. Danke eLife. Ihr habt mehr Aufmerksamkeit verdient. Gut, auch hier kann man natürlich fairerweise sagen, mittlerweile könnte man jetzt hier das eLife durch jedes andere Linux-Betriebssystem ersetzen. Das trifft ja mittlerweile auch fast alle zu. Und zum Schluss haben wir noch 8-Bit-L. Und das finde ich sehr, sehr schön. Einige Distros sind ausgerichtet wie Hausdekorationen. eLife ist eher mehr ein Zuhause, in dem auch jemand lebt. Nutzer werden die kleinen Details, die kleinen subtilen Details mit der Zeit entdecken. Und zwar werden sie dann eLife eine Weile verwenden. Mit anderen Worten, eLife enthält so viel Zeug im Hintergrund, dass man dann wirklich erst entdeckt, wenn man es ein paar Monate oder sogar Jahre nutzt. Ich hoffe, dass das nicht ganz so schlimm ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, ich habe es noch nicht installiert. Ich habe es auch noch nicht runtergeladen. Deswegen werde ich das Ganze jetzt mal tun. Einmal hier drauf. Stable Version 32-Bit. Das wollen wir eigentlich nicht. Ich würde gerne eine 64-Bit-Version haben. Mit OEFI und 64-Bit. Ja, das sieht gut aus. Work-and-Process. Weniger nutzerfreundlich und hat einen limitierten Desktop. Aha. Ah, okay. Der hat hier die Vor- und Nachteile mit aufgeschrieben. Das Schöne ist, das ist natürlich sehr transparent. Das finde ich sehr, sehr gut. Einmal die positiven Sachen hier, animated und dynamisch. Aber eben die Nachteile für diese Stable Version ist, dass veraltete Treiber sind, veraltete Software und eben nur 32-Bit. Und das ist natürlich sehr gut für sehr, sehr alte Rechner, die man dann nochmal wiederbeleben möchte. Hier ist sogar Compass noch vorinstalliert. Das ist ja auch sehr, sehr cool. Und die 64-Bit-Version, das ist hier als Beta, sagt zwar, ja, die Software ist alles geupdatet, ist aber eben noch in progress, ist nicht ganz so nutzerfreundlich und hat auch eingeschränkte Desktop-Funktionalitäten. Und dann gibt es hier noch, ja, ältere Versionen. Die sind aber schon EOS, wie man so schön sagt, also out of support. Und dann gibt es hier noch ein Customize-Your-OS. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, da kann man sich E-Live im Prinzip vom E-Live-Team zusammenbauen lassen. Gut, das wollen wir jetzt nicht. Ich überlege jetzt, was wir nehmen. Nehme ich die 32, ich nehme die 64-Bit. Und dann würde ich sagen, ja, secure, boot, ready und so weiter. Das hat mehr Pros. So, dann bin ich hier bei E-Live. Und ja, um das herunterzuladen, kann ich jetzt hier was spenden, damit ich das herunterladen kann. Ich kann mal so draufklicken, dann werde ich zu PayPal umgeleitet. Hier machen wir mal wieder zurück. Okay, dann gibt es hier noch Download kostenfrei. So, hier werde ich jetzt gebeten, eine, ja, Rezession erst mal zu verfassen, damit ich überhaupt die 64-Bit-Version herunterladen kann. Und das finde ich schon ein bisschen, ja, dreist, will ich mal sagen. Weil die Voraussetzung, dass ich jetzt die 64-Bit-Version herunterladen kann, ist, ich muss einen echten Artikel oder eine Website oder einen Blog schreiben. Und es muss ein positives Feedback von E-Live geben. Das heißt, selbst wenn ich mit E-Live unzufrieden bin und mir das eigentlich gar nicht gefällt, steht mir der Beta-Download nur zu, wenn ich irgendwie positiv über dieses E-Live schreibe. Es muss ein Link jetzt zur E-Live-Website erfolgen und so weiter. Oder ich muss ein YouTube-Video machen. Und ich muss 24 Stunden warten. So, und das will ich natürlich nicht. Dann werden wir mal gucken, dann werde ich die Beta-Version nicht herunterladen können, sondern dann werden wir mal gucken, dass wir hier irgendwie die 32-Bit-Version dann geladen kriegen. Dann muss das leider sein. So, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen und so weiter. Dann gucken wir mal in die E-Mail hinein. So, hier haben wir die E-Confirmation E-Mail. You receive an E-Mail with the downloading when it's ready. Das kann jetzt bis zu einer Stunde dauern. Das heißt, ich muss jetzt warten. Hier steht auch noch Confirm your E-Mail. Und wenn ich das mache und ich hier draufklicke, habe ich mich jetzt für, thank you for your interest, habe ich mich für den E-Live-Newsletter registriert. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht, denn das ist tatsächlich, also wirklich irreführend, weil ich überhaupt kein Interesse an Newsletter habe, sondern ich jetzt einfach den Download haben möchte und ich diesen Download hier nicht kriege. Aber gut, dann werden wir jetzt einfach mal auf den Download-Link warten. Mal sehen, wann der kommt. So, eine E-Mail habe ich nicht bekommen mit dem Download-Link. Allerdings habe ich auch überhaupt keine Geduld, so lange zu warten, bis ich irgendwann mal vielleicht einen Download-Link bekomme zu E-Live. Also habe ich mir anderweitig eine ISO beschafft und ich bin mir absolut sicher, dass ich dafür in die Hölle komme. Und deswegen sage ich auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. So, und dazu gehen wir jetzt erst mal hier in den Ordner Hybrid-Pack rein. So, ich habe mir die E-Live 3.8.26 Beta besorgt. Also nicht die 3.8.30, sondern 3.8.26. Das sollte erst mal soweit ausreichen. Ich nehme mal an, wir haben hier ein Debian 10. Ich weiß es nicht genau, ich werde jetzt einfach Debian 10 auswählen. Da es nicht eine Beta ist, können wir durchaus... Ich werde jetzt einfach die Specs so lassen. 1 Gigabyte, wir machen 2048, 2 Gigabyte. 3 CPUs ist auch genug, denke ich auch. 20 Gigabyte sollten, denke ich mal, ausreichen. Die ISO ist allerdings ziemlich groß mit, ja, ca. 3, 4 Gigabyte. Und, ja, dann machen wir mal weiter. E-Live. Und dann 3.8.26. Das werde ich jetzt hier mal so reinschreiben. So, Netzwerkbrücke einmal aktivieren. Dann möchte ich einen UEFI-Start haben. Dann Videotreiber möchte ich anstelle QXL den Word.io-Treiber haben, weil der einfach am kompatibelsten ist mit sämtlichen Desktop-Oberflächen. Und alles andere kann so bleiben. Und wir können mit der Installation beginnen. So sieht dann der e-Live-Installer aus. Da sind wir jetzt hier im Grub-Boot-Menü. Hier sehen wir dann auch 3.8.26. Das ist dann die aktuelle Version. So, use tab to add boot option if needed. Like country is gleich UK. Das ist ziemlich interessant. Das werde ich tatsächlich wahrscheinlich auch mal probieren. Also, use tab. Okay, tab kann ich nicht benutzen. Ich müsste eigentlich E drücken. Und dann kann ich hier entsprechend die Sachen dann einstellen, die Parameter. Und ich werde aber tatsächlich keine Parameter weiter einstellen, sondern ganz einfach hier so starten, wie es jetzt ist. So, da sehen wir hier eine wunderschöne Ladeanimation. Das kann man durchaus sagen. Das ist sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr hübsch. Und hier hat er auch schon erkannt, dass ich mich in Deutschland befinde. Wahrscheinlich anhand der IP des Standorts. Adding languages for Germany. So, E16 steht hier. E16 ist der Enlightenment-Desktop. Version 16 bietet einen extrem stabilen Desktop. Perfekt für die tägliche Arbeit. Okay. Warum auch immer diese Informationen jetzt kamen. Man hätte ja direkt jetzt hier schon hierher booten können. Aber ist nicht so schlimm. Alles gut, alles gut. So, change your language. Actual ist de.de. Finde ich wirklich, da muss ich wirklich sagen, eine absolute Lanze brechen. Das ist absolut perfekt, dass hier eine automatische Spracherkennung getätigt wurde. Wirklich, wirklich super. Keyboard-Layout ist ebenfalls de. Das kann auch so bleiben. Ich brauche nichts ändern. Das hat er alles richtig erkannt. Und jetzt haben wir hier noch eine wunderschöne Hintergrund-Melodie. Sehr gut. Also da, auch nicht schlecht. Ja, hat was. Sehr Beruhigendes. Nichts Aufdringliches. Und hier kann ich jetzt entsprechend auswählen, ob der Kompositor und auch Konki und das Kyrodoc entsprechend automatisch gestartet werden sollen. Und ich sage Ja. Sehr schön. Das hier ist Konki, Systeminformationen hier auf der Seite. Jetzt hat sich auch das Hintergrundbild geändert. Und es kommt ein Dokument mit den Super eLife Hotkeys. Und ich habe, wie gesagt, nichts gemacht jetzt. Ich habe nichts gemacht. Das hat er jetzt hier alles automatisch irgendwie aufgemacht und wieder zugemacht. Und okay. So, verwenden Sie zum Verschieben und Ändern der Größe eines Fensters die Tastenkombination STRG ALT und klicken Sie mit den verschiedenen Maustasten, während Sie es verschieben. Das werden wir uns mal merken. STRG und ALT. So. Wenn ich jetzt hier links irgendwo hinklicke, dann öffnet sich dieses Menü. Gut zu wissen. Das ist ja auch hervorragend, wenn man das einfach ausprobiert. Man lernt durch Trial and Error im Prinzip diesen Desktop kennen. Ich werde jetzt hier oben nochmal draufklicken und werde das einfach mal mit der Größenverschiebung mal probieren. Ich halte jetzt STRG und ALT gedrückt und kann jetzt hier dieses Fenster verschieben. Ich sehe gerade, es hat sich soeben das Hintergrundbild geändert. Das heißt, das ändert sich wahrscheinlich dann die ganze Zeit. So, ich werde jetzt das Ganze mal mit Rechtsklick. Mit Rechtsklick kann ich jetzt hier nichts machen. Ich kann das aber auch so verschieben, ohne dass ich ALT und STRG drücke. Die Größe werde ich wahrscheinlich nicht ändern können. Hm, weiß ich momentan nicht. So, hier haben wir STRG ALT X. Ist Close Window mit Maximieren, Minimieren, Fullscreen. Ah ja, okay. Sehr gut. Ich bin ein Fan tatsächlich von Tastenkombinationen. Es ist immer schwierig für Neulinge, sich an Tastenkombinationen zu gewöhnen. Allerdings, wenn man die erstmal drin hat, lassen sich Dinge deutlich schneller bedienen. So, ich habe jetzt hier einfach mal die Windows-Taste gedrückt. Hier steht Win und Arrow Key und dann, um die Transparenz ein bisschen zu beeinflussen. Dann hat sich meines Erachtens jetzt nicht allzu viel bewegt. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Wenn ich hier allerdings irgendwas mache, verschieben und so weiter, dann ertönt immer ein Ton. Okay. Ja, hier stand jetzt Transparency, 70%. Jetzt habe ich das gemacht. Ah, okay. 80%. Aber es scheint nicht immer zu funktionieren irgendwie. Ich versuche es die ganze Zeit. Aber es funktioniert nicht permanent. Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass im Hintergrund hier dieses Fenster sich hier verschoben hat, wenn ich das mache. Wenn ich hier mit Windows und also mit der Supertaste und dem Mausrad, dann kann ich hier die Größe der Fenster verändern. Und das ist jetzt hier gerade passiert. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal auf Desktop 3 gehen. Groß. Und ja, dann bin ich hoffentlich hier ein bisschen besser dran. Oh, jetzt kommt hier so eine Installationsanleitung, möchte ich mal sagen. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Installiere eLive auf die Festplatte. Vollkommen kostenlos. Das ist auch das, was ich jetzt schon die ganze Zeit überall höre. Free, völlig kostenlos und so weiter. Dann eLive weiter im Live-Model. Ich möchte an eLive spenden. Auch hier wieder Spendenaufruf. Oh, daneben. So, und ich werde jetzt hier erstmal die Installation durchführen. Einfach mal, um zu schauen, ob das überhaupt funktioniert. Oder ob ich wieder auf PayPal oder sonst irgendwo umgeleitet werde. Oder ich vielleicht noch eine Rezession vorher schreiben muss, bevor ich dann meinen Desktop konfigurieren kann. So, wir werden mal automatische Partitionierung machen. Mal schauen. So, verwenden Sie die gesamte Festplatte, um eLive zu installieren. Jawohl, das soll so gemacht werden. So, mit EXT4. Es gibt noch Riser FS. Very fast, reliable, less size, optimal for the root partition. Und ja, häufig verwendete Standard für SSDs. Okay, dann nehmen wir das. Verschlüsselung aktivieren. Nein, nein, das möchte ich nicht. Das lohnt sich aber auf jeden Fall für Laptops. Da sollte man durchaus eine Verschlüsselung dann aktivieren. Wenn man nämlich zum Beispiel unterwegs ist mit den Notebooks. Und wenn das Notebook gestohlen wird oder so, dann kann man nicht mehr auf die Festplatte drauf zugreifen. Und das ist auch gut so. So, eLive wird jetzt auf die Festplatte installiert. Also hier wurden auch keine weiteren Schritte abgefragt. Das ist völlig in Ordnung. Finde ich gut. Man klickt einfach auf OK und wartet dann einfach ab. Und ja, dann warten wir mal, bis die Installation durch ist. So, hier werde ich jetzt nach einem Hostname gefragt. Und hier sehen wir auch, dass die Übersetzung wieder zum Teil noch nicht vollständig ist. Hier ist also zum Teil wieder auf Englisch. Da ist die Überschrift schon. Einen neuen Eintrag hinzufügen. Hier wird nach dem Hostname gefragt. Hier steht eLive Spaceship. Finde ich tatsächlich ziemlich funny. Tatsächlich. Lasse ich auch so. Lass mal. Und jetzt kommen noch ein paar Sachen, die ich hier entsprechend auswählen kann. Und hier steht auch, durch weniger Auswahl wird das System kleiner. Bluetooth brauchen wir zum Beispiel nicht. Druckerunterstützung brauche ich auch nicht. Ich nehme an, da wird dann Cups installiert und sogar HP Lips. Ich glaube, HP Lips wird dann installiert, wenn Scanner-Unterstützung noch mit dabei sein soll. Samba brauchen wir auch nicht. SSH-Fernzugriff kann mit drauf sein. Das ist in Ordnung. Das ist nicht so groß. Blockieren Sie IPs, um kontinuierliche Versuche, Angriffe zu verhindern? Ich werde da mal einen Haken reinmachen. Bin gespannt, ob ich das irgendwie konfigurieren kann. So, Maus in der Konsole. Das ist immer ganz gut. Das kann man so machen. Festplatten, Dienstprogramm und Benachrichtigung. Ja, das möchte ich auch. Und Directly Access. Jetzt ist es wieder auf Englisch. Directly Access to this Machine as elive-spaceship.local in your local network. Das heißt, hier möchte er einen Host-Eintrag zu localhost machen mit dem Namen elive-spaceship.local. Das brauchen wir aber nicht. So, machen wir weiter. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, mir Software auszusuchen. Was ich denn haben möchte, zum Beispiel Blender. Wenn ich Blender gerne nutze, kann ich Blender hierüber installieren. Ich kann das Codi Media Center installieren. ehemals XBMC. Das heißt ja jetzt Codi. So, was heißt jetzt? Das heißt schon ziemlich lange Codi. So, Wine wird mit installiert. Office-Anwendungen möchte ich haben. Einmal anklicken, weil ich möchte wissen, was für Office-Anwendungen hier installiert wird. Inkscape möchte ich nicht haben, weil ich keine Vektoren zeichne. GIMP kann ruhig mit drauf. Und Thunderbird möchte ich auch mit drauf, weil ich möchte die Version wissen. Und 50 MB an Spiele und Emulatoren möchte ich auch mal mit drauf machen, weil ich möchte wissen, was da installiert wird. Okay. Gut, dann kommen wir zum Browser. Einmal Chromium oder Google Chrome kann man hier installieren. Firefox, da sagt er auch langsamer, verbraucht weniger RAM und ist neuer. Das ist durchaus korrekt so. Opera ist ein alternativer Browser, ein sehr proprietärer Browser. Palmoon ist ein Firefox-Fork, den man nutzen kann. Und NetSurf scheint so ein sehr rudimentärer Browser zu sein. Ich werde den mal mit installieren, weil ich einfach mal wissen möchte, was das ist. Und dann lasse ich aber den Firefox. Okay. So, was haben wir sonst noch? Entferne Übersetzung von nicht benötigten Sprachen. Ja bitte, deinstalliere unnötige internationale Schriftarten, wie zum Beispiel Korea oder chinesische Schriftarten und so weiter. Manpages deinstallieren? Nein, die lassen wir ruhig drauf, auch wenn das das Upt schneller macht. Wie gesagt, das eLife ist ja für ältere Systeme, deswegen macht es durchaus Sinn, die Manpages dann zu deinstallieren. Allerdings gerade für Anfänger, die zu eLife wechseln, ist es durchaus sinnvoll, die Manpages zu behalten. Denn man kann in der Konsole immer mit M-A-N, also mit Man und dann demjenigen Begriff, den man so hat, wenn ich jetzt mal ganz, das will ich mal ganz fix zeigen. Ich weiß, ich greife damit so ein Stück weit schon vor. Wenn ich jetzt Man eingebe und dann zum Beispiel LS, dann werden mir im Prinzip die Manpages von LS aufgezeigt und dann mit welchen Optionen ich diesen Befehl entsprechend auch nutzen kann. Mit Q komme ich hier wieder raus und das kann ich mit so ziemlich vielen Sachen machen, wie zum Beispiel auch mit Cut. Wenn ich zum Beispiel den Befehl Cut nutzen möchte und ich weiß nicht, was der Befehl macht oder wie ich diesen Befehl nutzen kann, kann ich mit Man und Cut dann einfach kurz nachschauen, was das ist. Concatenate Files, also den Inhalt dann quasi ausgeben, zusammenhängend. Und das sind die ganzen Optionen, die ich dann quasi dranhängen kann, inklusive Beispielen. Und dieses Klingeling, was hier kommt, benachrichtigt mich, wenn ich quasi unten angekommen bin im Dokument. Ich scrolle jetzt quasi nach oben, zack und fertig und nach unten. Und wenn ich das Ende erreicht habe, kommt diese Klingel. Das ist eine sehr, sehr nette Spielerei. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft aushalten würde, diese permanenten Animationen und Klingeleien. Aber da kommen wir noch später zu. Jetzt, bumm, hat es bumm gemacht und das Fenster ist geschlossen. So, machen wir mal weiter. Kompilierungsfunktion für Treiber deinstallieren. Nicht empfohlen, das machen wir dann auch nicht. Und deinstallieren Sie die Kompilierung verwendeter Abhängigkeiten. E-Live-Demo-Daten löschen. Das ist wahrscheinlich alles das, was hier auf der Live-ISO auch drauf ist. Können wir ruhig deinstallieren. Und deinstallieren Sie zusätzliche Symbole und Designs. Nö, die wollen wir ruhig schon lassen. Auch das Share-Doc. Hier geht es halt wahrscheinlich einfach nur darum, alles Mögliche zu deinstallieren, um einfach das System schlanker zu machen. Gut, das genügt mir so. Wir können weitermachen. Jetzt kann ich mir noch unfreie Software auswählen. Skype zum Beispiel kann ich installieren. Zoom, Steam und Dropbox. Möchte ich jetzt alles nicht haben, aber guck mal gut, dass mir sowas vorgeschlagen wird. Weil das sind tatsächlich Programme, die durchaus im täglichen Bedarf genutzt werden. Und dann geht es weiter mit der Installation. Hier wird mir noch vorgeschlagen die Sprachpakete für LibreOffice. Okay. So, jetzt wird hier ein Nutzer-Account angelegt. So, da sind wir. Da nehmen wir den Benutzer-Typ und hier auch Typ. E-Mail brauche ich aber nicht. Ich brauche keinen Gravatar. Dann das Passwort. Dann nehmen wir ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ und möchte aber mich nicht automatisch anmelden und benötige die Berechtigung zum Installieren von Paketen. Dann einmal OK. Ja, Glückwunsch. E-Live wurde nun installiert. Und selbstverständlich werde ich nochmal daran erinnert, dass E-Live nicht kommerziell ist und ich aber doch spenden sollte, um das Projekt am Leben zu erhalten. Gut, ein Neustart wird jetzt nicht erzwungen. Das ist, finde ich, auch in Ordnung, dass das nicht immer dann gleich erzwungen wird, sondern man hat hier die Möglichkeit, weiter das System auszuprobieren. Ich gehe jetzt hier aber zur Tür und sage einmal Neustart. Jawohl. Goodbye. Und dann kam auch ein Goodbye. So, dann einmal OK. Und das war jetzt das Grub-Menü. Ich war jetzt leider nicht schnell genug, aber ein sehr, sehr schönes Grub-Menü. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt wird wahrscheinlich E-Live nochmal aufgeräumt und er möchte das System noch einmal starten. Und so sieht dann das Grub-Boot-Menü aus. Hier sehen wir auch den Linux-Kernel 5.10.00 BPO. Jetzt wird der E-Live-Installer auch entfernt, sodass er uns nicht mehr stört. Und schon sind wir hier in der Login-Masse. Das sieht sehr nach dem Lite-DM aus. Ist ein sehr, sehr schöner Display-Manager. Und dann loggen wir uns einmal ein. Und schon sind wir im Enlightenment-Desktop, im E16 sozusagen, was aber die Version E0.16.8 ist. So, bevor Sie beginnen, Ihren neuen Desktop zu verwenden, müssen wir einige Dinge konfigurieren, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Da bin ich mal gespannt. So, einmal hat er irgendwas gemacht. Wählen Sie die Dienste aus, die Sie auf dem Desktop aktiviert haben möchten. Denn E-Live hat bereits die besten Optionen für Sie gewählt. So haben wir einen Schlüssel-Agent, Sicherheitsdienst, Zertifikatverwaltung, Updates, Touchpad. Touchpad brauchen wir nicht. Start-up-Sound, ja, können wir lassen. Wi-Fi brauchen wir nicht. Denn wir haben gar keinen WLAN. Wir haben auch keine WLAN-Treiber installiert. Deswegen wundert mich das jetzt gerade ein bisschen, dass das hier überhaupt angeboten wird. Dann, ich mache mal größer. Dann, was haben wir sonst noch? Slate benötigt, kommen wir zur Änderung für E-Live. Okay, zeigt unauffällig die letzten Nachrichten von E-Live. Okay, bin ich mal gespannt, wie unauffällig das wirklich ist. Überprüft den Zustand des Systems und der Hardware. Gut, und stellen Sie beim Start korrekte Audiodaten wieder her. Was auch immer das bedeutet. Okay, so was haben wir hier unten noch? Netzwerk, Verwalten der Netzwerkverbindung möchte ich aber haben. Flexible Bildschirmtastatur brauche ich nicht. Einen Backup-Monitor möchte ich jetzt auch nicht haben. Legizimationsziel vom Policy Kit. Ja, das ist notwendig, damit sudo funktioniert. Und wir haben noch Zwischenablageverwaltung. Die werde ich auch mal aktivieren. Und einmal auf OK. So, hier haben wir nochmal, wie zu Beginn auch, die Autostart-Sachen wie den Compositor, Conky und der SkyroDoc. IRC-Chat möchte ich nicht haben. Dann können wir hier einfach auf OK. Und jetzt sollte rein theoretisch gleich Conky kommen. Genau, da ist es auch schon. Und hier unten das SkyroDoc. Und was haben wir denn hier? So, es kann sich um eine bestimmte gewünschte Auflösung für den Bildschirm Ihrer virtuellen Maschine merken. Möchten Sie dafür eine bestimmte Auflösung einstellen? Oh, das ist interessant. Ja, aber selbstverständlich. Gerne, gerne. Verwenden Sie das nächste Tool, um Ihre Bildschirme zu konfigurieren. Aber, wenn Sie möchten, dass Elive beim Starten des Systems lädt, müssen Sie seine Konfiguration speichern. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich bei der Bildschirmkonfiguration bei X-Render. Und da muss die Konfiguration separat abgespeichert werden. Das ist ganz normal. So, E16 scheint multiple Bildschirme nicht handeln zu können. Das ist auch überhaupt nicht so schlimm, weil ich habe sowieso nur einen Bildschirm. So, wenn Sie Ihre Auflösung laden möchten, müssen Sie mit der Option Speichern unter Speichern. Andernfalls werden Ihre Optionen nicht implementiert. Okay, ja, und hier haben wir auch A-Render ist das. Das ist im Prinzip die grafische Oberfläche zu X-Render. Und dann geben wir auf Virtual 1 Auflösung und dann Full HD. Dann werde ich das Ganze einmal anwenden, dass das auch angewendet wird. Und dann muss das tatsächlich abgespeichert werden. Und ich werde hier einfach Display.sh sagen. Und zwar unter Screen Layout. Und hier sieht man auch ein Shell-Skript und das werde ich jetzt einfach speichern. Und dann ist es hoffentlich gespeichert. So. So, diese Konfiguration speichern wir beim Starten Ihres grafischen Systems verwenden. Jawohl. So, wenn sich der Desktop nicht wie erwartet verhält, versuchen Sie mit einer neuen Desktop-Konfiguration neu zu starten. Alles klar. Und Anregung, um ein Fenster zu verschieben und seine Größe zu ändern, verwenden Sie die Kombination Steuerung Alt und klicken Sie mit den verschiedenen Maustasten, während Sie es verschieben. Gut, das hatten wir vorhin schon mal getestet. Jetzt ist das Ganze hier ein kleines bisschen kleiner. Ich werde das Ganze nochmal mit Steuerung Alt probieren. Okay, hier kann ich es dann komplett verschieben. So, was haben wir sonst noch? Wenn ich die mittlere Maustaste drücke, dann kann ich hier sogar die Größe des Fensters ändern. Sehr gut. Das ist das, was ich eigentlich vorhin gesucht habe. Okay. Finde ich sehr gut. Das ist ein bisschen ungewohnt, Steuerung Alt zu drücken und dann mit der mittleren Maustaste die Größe zu ändern. Allerdings, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, ist das unglaublich wichtig. Finde ich sehr, sehr gut. Gut, ich kann das jetzt hier aber schließen, weil ich möchte die Tastenkombination jetzt hier nicht weiter auf meinem Bildschirm haben. So, eLive wurde, eLive is translated 55 to your language, was auch immer das jetzt heißt. Du kannst allerdings mit L-Trans helfen, die Übersetzung voranzutreiben. Das ist sehr gut, wenn du möchtest, dass eLive weiter am Leben bleibt und du aber nicht spenden möchtest, wie sie ja schon mehrfach immer wieder dazu aufrufen, dann kannst du zum Beispiel auch mit der Übersetzung helfen. Gut, sind wir jetzt durch? Wir sind durch. Hier haben wir eine Information zum Enlightenment-Document-Viewer. Das heißt, hier wird quasi ein Enlightenment-Handbuch angezeigt und kann ich hier also auf Next und dann wird mir der Enlightenment-Desktop hier ein bisschen erklärt, was das ist, wo ich was finde, wie es funktioniert. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Ich mache das einfach weg. Und so wie es aussieht, wurde das so eben aktualisiert. eLive wurde aktualisiert mit und dann, tja, nichts weiter. Dann einmal auf OK. eLive bittet hier noch einmal, ob ich denn nicht spenden möchte. Wenn der sage, nein, möchte ich jetzt nicht. Und ich hoffe, dass er jetzt fertig ist. Und werde ich jetzt hier mal gucken. Select the Audio, new eLive Intro Song. Mal gucken. Das gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ist aber meines Erachtens ein bisschen zu lang. Aber ich sage mal, wenn der Desktop dann erstmal am Laden ist, dann ist diese Musik durchaus schon sehr, sehr angenehm. Ja, sehr beruhigend, sehr angenehm. Was haben wir hier? eLive Uh, mit einer Vocoder-Stimme, die eLive sagt. Okay, was haben wir noch? Topaz? Okay, ja, das ist Geschmackssache. Mir ist es, meins ist es jetzt nicht. Voice Initiating Startup Sequence. Da bin ich mal gespannt. Initiating Startup Sequence. Okay. So, E-Mail. So klingt es, wenn ich eine E-Mail kriege. Ein Random Song wäre jetzt einfach irgendeins. Oder kein Intro Song. Das kann ich dann eben auch auswählen. Ich sage jetzt einfach mal New eLive Song Intro und sage einmal okay. So. Jetzt kommt dieses Lied nochmal. Sehr gut. Okay, wir sind jetzt endlich auf dem Desktop angelangt. So, Konki ist jetzt hier nach links verschoben worden. Oh, wir haben nochmal eine Information. So, hier wird mir nur beschrieben, wenn ich den Startup-Sound nicht mehr haben möchte, dann gebe ich das Ganze hier einfach so ins Terminal ein oder gehe in die Konfiguration. Okay, vielen Dank. So, dann werden wir uns jetzt erstmal mit dem Desktop hier begnügen. Wir haben hier oben die Netzwerkinformationen. Das ist quasi ein bisschen analog zu dem, was wir auf der Taskleiste immer finden. Dadurch, dass wir ja keine Taskleiste irgendwo haben, mit Uhrzeit und so weiter, haben wir eben zum Beispiel den Zugriff auf die Netzwerkkonfiguration dann hier oben in Form eines Symbols, ebenso wie mit der Zwischenablage. Und hier haben wir sowas wie ein Benachrichtigungsfenster. Eine Benachrichtigung, nämlich zu dem Thema Größe ändern. So, ich habe jetzt wieder weggeklickt und jetzt wurde die Benachrichtigungssymbol auch entfernt. Da ist also nichts mehr. Ja, und hier unten haben wir dann diverse Desktops, zu denen wir hin und her schalten können. Tatsächlich auch mit multiplen Hintergründen, multiplen Hintergrundbildern. Das kann ich auch verschieben, wenn ich das dann andersrum haben möchte. Und auf diese Art und Weise kann ich dann tatsächlich, ja, verschiedene Anwendungen auf verschiedene Bildschirme hier verteilen, was vielleicht für die Usability gar nicht mal so schlecht ist. Aus welchen Gründen das jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich ja versehentlich LibreOffice geöffnet. Jetzt klicke ich hier halt drauf und das funktioniert nicht mehr. Jetzt habe ich es kaputt gemacht, sehe ich gerade. Wahrscheinlich, also das funktioniert jetzt hier unten, kann ich gar nicht mehr draufdrücken. Ach, okay, jetzt lässt sich es verschieben. Ja, okay, jetzt funktioniert es wieder. Gut, ich möchte lieber dieses etwas dunklere Hintergrundbild haben. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt gucken wir mal, hier unten ist das CairoDoc. Hier haben wir ein paar wichtige Symbole schon mal, zum Beispiel das Symbol für An- und Abmelden. Dann gibt es hier WiFi und Network. Ich nehme mal, da wird sich jetzt der Netzwerkmanager öffnen. Nein, öffnet sich nicht. Das Symbol ist einfach nur da. Könnte zum Beispiel sein, dass sich eigentlich der WLAN-Manager öffnet, aber WLAN haben wir ja deaktiviert. So, die eLive-Hotkeys, das ist dieses Dokument, was dann immer geöffnet wird. Dann Energieverwaltung. Es sagt, kein Akku gefunden, deswegen lässt sich das nicht öffnen. Hier haben wir Puls-Audio und wahrscheinlich Lautstärkeregler. Sehr gut. Und was haben wir hier noch? Stapel. Wahrscheinlich keine Elemente im Stapel. Sie können Datei-URLs oder Textausschnitte hinzufügen, indem Sie sie auf das Symbol ziehen. Das erinnere ich ein bisschen an Mac. Mac hat sowas ähnliches mit dieser Stapelverwaltung. Bei Windows gibt es sowas gar nicht. So kann man aber so links und so weiter rechtzügig einfach da reinziehen, dass man immer mal wieder drauf zugreifen kann. So, Papierkorb ist klar. So, Verlauf der Zwischenablage. Hier sieht man dann, was man alles so verwendet hat. Das kann man dann quasi wiederverwenden. Freigabeordner. Dadurch, dass wir aber SMB auch nicht installiert haben, wird das Ganze auch nicht funktionieren. Und wir haben hier noch Lesezeichen. Allerdings sieht das eher so aus wie ein Zugriff auf die persönlichen Ordner. So, da klicken wir gleich mal drauf und schauen mal, wie das Ganze hier aussieht. Ich möchte mal schnell wissen, was wir hier haben. Tuna als Dateimanager. Tuna ist unglaublich beliebt und wirklich auch völlig akzeptabel. Eine tolle Dateiverwaltung. Ja, und hier haben wir dann im Prinzip Zugriff auf die gängigen Ordner. Hier gibt es Basic Terminal and System Tutorial. Okay. Vorlagen haben wir noch, die man hier abspeichern kann. Wenn ich jetzt hier mal einen Doppelklick drauf mache, müsste sich jetzt der Firefox öffnen. und dann habe ich hier GNU-Linux-Lehrstunde und direkt von debian.org. Aha, sehr gut. Wenn ich es dann haben möchte, so Videos haben wir keine, Downloads ist nichts. Der Schreibtisch befindet sich im Downloads-Ordner. Finde ich ein bisschen kurios. Und hier haben wir noch den Temp-Ordner. Geht es nochmal auf Schreibtisch? Ja, der Schreibtisch findet sich. Oder habe ich den da vielleicht versehentlich reingeschoben und wollte das eigentlich gar nicht? Das kann natürlich auch sein. Ich werde das jetzt mal ausschneiden und dann hier einfügen, weil ich finde, der Schreibtisch gehört hier einfach draußen hin und nicht in den Downloads-Ordner. Nicht, dass ich das versehentlich war. Ja, und hier gibt es nochmal einen Freigabe-Ordner. Gut. Jetzt sind wir durch hier und gehen mal auf das... Ah ja, Audacious haben wir noch. Ich dachte erst, dass die CD die ISO ist, die vielleicht eingelegt ist. Aber es ist ja keine ISO mehr eingelegt. Also ist dieses CD-Symbol im Prinzip Audacious. Und zwar in Winamp-Style, so wie es aussieht. Und hier sind schon einige Radiostationen vorausgewählt. Ich werde mal ganz fix auf Play drücken. Und werde sofort wieder Stop drücken, damit ich hier keinen Urheberrechtsstreik kassiere. Scheint aber zu funktionieren. Zumindest Psyro-Log Radio HBR1 funktioniert auf jeden Fall. Gut. Da kann man dann sogar direkt Radio hören. Gut. Dann, wie kann ich das hier wieder zumachen? Okay. War sehr gut. Und dann gibt es hier das Anwendungsmenü. Das ist, wenn ich das eLive-Logo drücke, kann ich dann hier auch direkt danach suchen, nach Software, die ich haben möchte. Ich kann aber, wie gesagt, auch hier irgendwo auf das Display drücken. Und dann habe ich ebenfalls Zugriff auf das Menü. Das ist so eine Besonderheit von Enlightenment Desktop. Und wir schauen mal schnell durch. Das Terminal, das hatten wir heute schon gesehen. Dann Audio. Haben wir Audacious. Haben wir gerade aufgemacht. Audacity ist ebenfalls vorinstalliert. Ich nehme auch an, 2.3.2 ist eine recht alte Version. Das ist nicht die neueste. Und das ist quasi die Version, die noch keine Telemetriedaten enthält. So. Was haben wir sonst noch? Psyro- und Brennprogramm. Lautstärkeregler Mix. Das ist so ein DJ-Programm im Prinzip. Ist sehr nett. Ja, können wir Choose machen. Der soll den Musikordner als Standard-Audio-Ordner ziehen, wo er dann die Musik entsprechend findet. Gut, das soll es aber erstmal gewesen sein. Mit Mix. So, dann haben wir MPV Media Player. Das ist mein persönlicher Lieblingsplayer. Den öffnet er aber aus irgendwelchen Gründen gerade nicht. Warum auch immer. Dann haben wir Music Brains Picard. Das ist das hier. Und das sieht eher so aus, als wenn ich hier, ja, Musik ist so eine Art Musikverwaltung, eine Bibliothek, eine Musikbibliothek, eine Musikverwaltung. Und ich kann hier sicherlich dann auch Musik gruppieren und abspielen und auch umbenennen und so weiter und so fort. So, dann machen wir weiter. Es gibt noch Music YouTube, was vorinstalliert wird. Okay, da öffnet er tatsächlich auch nur YouTube. Reject all. Wir wollen hier keine Cookies. Und dann öffnet er Music.youtube.com. Gut, ob man das jetzt als Link in dem Menü braucht, ist natürlich fraglich. Aber das muss jeder für sich selbst herausfinden. So, neben Audacious MPV ist noch Rhythmbox mit dabei als Musikplayer. Rhythmbox ist ein bisschen das, was wir von iTunes auch gewohnt sind. Für die, die iTunes kennen, die werden sicherlich mit Rhythmbox besonders gut zurechtkommen. Dann gibt es noch den Soundjuicer, Spotify und Yosimi. Yosimi ist, ja, ein MIDI. Sehr schön. Ein MIDI-Keyboard. Gut, einmal Exit und Don't Save. So, wir machen mal weiter. Development. Wir haben Asana. Ich werde jetzt nicht alle Programme mehr öffnen. Ich weiß, ich habe jetzt bei Audio jetzt ein bisschen ein paar mehr Sachen geöffnet. Ich werde hier einfach mal ein bisschen durchgehen. GVim ist mit drauf. GVim ist quasi Vim, aber eben mit einer grafischen Oberfläche. So einen Kalender haben wir. Melt ist ein Programm zum Vergleichen von verschiedenen Dateienhalten. Dann gibt es eine Sci-Tag-Textbearbeitung. Das ist so ein Text-Editor. Genau. Und dann haben wir noch ganz normal Vim in der Konsole halt. Das ist im Prinzip dasselbe wie GVim, nur halt ohne die grafische Oberfläche. So, dann Education. Wir haben Kaliber drin. E-Book-Reader. Gapminder ist ein Online-Tool. Auch hier wieder eine Verlinkung zu Online-Anwendungen. Dann Khan Academy Clavaro ist, nehme ich mal an, zum Tippen üben. Wer also Zehn-Finger-Tipp-System auf der Tastatur lernen möchte, der kann hier dieses Clavaro einfach mal durchgehen. Dann gibt es noch TED, Video-Need und Vsauce. Das sind YouTube-Kanäle. Gut, wir machen mal weiter. Es gibt hier eLive-Anwendungen, eLive-Forum. L-Trans ist das Programm zum Übersetzen von eLive. Chat, Hotkeys und so weiter. Kommentare auf Facebook kann man hier drauf. Es gibt einen USB-Flasher quasi. Oh, Quellcode gibt es und Zusammenarbeit mit eLive-Informationen. So, Games hatte ich ja gesagt, möchte ich mal installiert wissen. Hier gibt es A7X. Oh, um Gottes Willen, schnell weg. Okay, ja, sehr interessant. So, wir machen mal weiter. DOSBOX-Emulator haben wir hier. Fury of the Furries. Jetzt bin ich aber gespannt. Okay, das scheint so etwas Ähnliches wie so ein bisschen Super Mario zu sein. Ein bisschen witzig und ja, auch ziemlich, ziemlich alt. Sehr nett. So, was haben wir sonst noch? Retro Arch haben wir. Scam VM, Sokoban, Super Mario War. Okay, Super Mario haben wir mit drauf. Öffnet er nun leider nicht. Und dann noch Torus Tuber und CSNES. Ich nehme mal an, das wird so ein Super Nintendo-Emulator sein, wo man dann entsprechend Super Nintendo-Spiele hier reinflaschen kann, wenn man dazu die jeweiligen Cards-Dateien hat. So, machen wir weiter. Spiele haben wir. So, unter Grafik Darktable, Fotobearbeitungsprogramm, diverse E-Book-Viewer und so weiter. E-Foto e-Ruler, das ist so ein Lineal. So, GIMP, allerdings nicht mit dem GIMP-Logo, deswegen muss man aber immer genauer hingucken. GTCam ist ein Digital-Kamera-Browser. ImageMagic, das ist durchaus wichtig zum Umwandeln von Bildern. Und dann noch ein paar Fotoanwendungen, wie zum Beispiel auch RAW-Therapy-Shotway und ein Anzeigeprogramm. Also durchaus schon kraftvolle Sachen. Die Frage ist halt, ob die wirklich dann auch alle von jenen Nutzern gebraucht werden. So eine üppige Auswahl an Fotobearbeitungsprogrammen. Unter Netzwerk finden wir Links 2. Das ist ein Konsolen-Browser. So, NetServe haben wir hier. Das ist ja ein Browser. Transmission ist ein BitTorrent-Client. Das ist den, den ich quasi auch verwende. Und ich habe das jetzt wieder abgebrochen. Und dann gibt es noch den Thunderbird-E-Mail-Client. Da wollte ich nämlich mal schauen, welche Version hier ist. Ich nehme mal an, das wird eine ältere Version sein. About. Jawohl, das ist die 91.13, also nicht die neueste Version. Und ich sehe auch, das deutsche Sprachpaket ist hier nicht installiert. Das kann man aber nachinstellen, beziehungsweise die Sprache einfach ändern. Und dann gibt es noch XChat als IRC-Client. So, unter Office haben wir die komplette LibreOffice-Bibliothek drin. Das ist sehr gut. Das wollte ich nämlich wissen, was da installiert ist. Ich kann mal schauen. Das scheint auch ein recht aktuelles zu sein. So unter Über-LibreOffice ist auch alles auf Deutsch schon. Da ist das deutsche Sprachpaket direkt mit drin. 704 ist quasi recht aktuell. Ist nicht das neueste, aber auch nicht das älteste. Sehr gut. Und dann haben wir noch Gedächtniskarten und Dokumentbetrachter und Ghostwriter. Unter Utilities finden wir so die üblichen Verdächtigen, die man eben so braucht. Eine Archivverwaltung, Schriftenverwaltung. Dann auch Zugriff zum Dateimanager. Software und Updates. Da gucken wir gleich mal noch drauf. VirtualBox ist bereits vorinstalliert. Sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut, dass das auch vorinstalliert ist. Und Terminology ist das Standard-Terminal. So unter Video finden wir noch Avid de Mux. Das ist ein Umwandler für Videodateien. Dann Webcam-Anwendung. Dann gibt es hier noch SignLera. Ist eine Video-Editing-Software als Alternative zu CadenLive. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so kompliziert aus. Ist sicherlich ein tolles Ding. Allerdings werde ich wahrscheinlich bei CadenLive einfach bleiben bei der Bearbeitung von Video. So und dann haben wir den VLC-Media-Player. Der sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Und dann noch Voco-Screen. Das ist so eine Screen-Capture-Software. Also sowas wie OBS im Prinzip. So. Okay. So unter Administration finden wir dann hier einmal auch Conky. Da kann man Conky konfigurieren. Jetzt habe ich das nochmal aktiviert. Somit haben wir es jetzt zweimal drin. Ist überhaupt nicht so schlimm. Dann gibt es auch H-Top. Ist schon mit drauf. Da können wir gleich mal schauen, wie sich denn das Ganze hier so verhält. Wir haben jetzt 424 MB im Verbrauch gerade. Und das ist völlig in Ordnung. Ich habe ja gerade noch Sachen schon geöffnet und geschlossen. Ich glaube, wenn ich das Ganze neu starte, sind wir ungefähr bei 200-300 MB im Verbrauch. Und das ist wirklich super sparsam. Für so ein ja auch sehr animatives Betriebssystem. So, es gibt hier auch ein Software-Center. In das Gnome-Software-Center schauen wir dann aber gleich noch rein. Systemüberwachung gibt es noch. Und ja, bei den Einstellungen alles das, was man eben so einstellen kann, wie zum Beispiel das Erscheinungsbild des ChiroDoc, Benutzerkonten und so weiter und so fort. Dann gibt es noch diverse Enlightenment-Einstellungen. Auf dieses Enlightenment-Menü komme ich auch, wenn ich auf dem Desktop in den Rechtsklick mache, dann bin ich ebenfalls bei diesen Einstellungen drin. Und dann kann ich das in den Enlightenment-Desktop entsprechend konfigurieren und einstellen. Ich finde, das ist alles irgendwie, wirkt das ein bisschen überladen und nicht sehr, ja, nutzerfreundlich. Aber das muss jeder ein Stück weit auch für sich selber herausfinden. Hier kann man dann die Desktop-Hintergründe entsprechend bearbeiten. Wenn ich jetzt aber allerdings hier drauf drücke, passiert gar nichts, was sehr schade ist. Unter Themes kann ich dann entsprechend noch einstellen, wie das Ganze hier aussehen soll. E-Life Dark ist hier das Standard-Theme. Und es gibt dann aber auch zum Beispiel noch Retrowave. Das sieht dann so aus. L-Cars sieht dann im Prinzip so aus. Das hat so ein bisschen was von Star Trek Raumschiff Enterprise. Wer also das ganze Star Trek-Thema so ein bisschen mag, der wird hier auch voll auf seine Kosten kommen. Ist gar nicht mal so schlecht. Evolution E-13, das ist die alte E-Live Version 13 Optik. Sieht auch trotzdem sehr gut aus, jetzt nicht so schlecht. Winter, okay, ja, hat so ein bisschen Mac-Vibe sozusagen. Und das sieht halt alles so ein bisschen aus wie, ja, auch Windows XP von vor 10, 15 Jahren. Ach, noch weiter, noch älter als 10 Jahre. Wo Windows XP halt noch so voll das Ding war. Da konnte man das ebenfalls mit so einem, die Desktop-Oberflächen so entsprechend konfigurieren. Und, ja, modern ist es eben nicht mehr. Aber, ja, okay, es gibt immer wieder Fans, die sowas haben möchten. So, was haben wir sonst noch? Instandhaltung, da kann man dann so Caches bereinigen und so weiter, falls mal irgendwas nicht richtig lädt oder funktioniert. Und auch hierüber das System neu starten oder sich abmelden. Gut, ich möchte jetzt aber mal in die Softwareverwaltung. So, dann kann man hier zum Beispiel bei Softwarequellen auch nochmal schauen, wie die Einstellungen sind. Ich habe jetzt hier Server für Deutschland, kann man hier auswählen, damit es mit dem Download auch ein bisschen schneller geht. Und hier dann nochmal entsprechend die Repositories. Das haben wir aber eben alles schon gesehen. Es ist im Prinzip dasselbe. Hier sind noch die Keys. Was mich natürlich interessiert, ist, ob Flatpacks sich hier aktivieren lassen. Das täte mich wirklich sehr interessieren. Und da schauen wir am besten einfach mal nach, direkt im Internet. Dazu öffne ich hier einfach unter Internet den Firefox und gehe mal auf flathub.org und auf Quick Setup. So, dann kann ich hier erstmal schauen, ob ich das Logo von eLive hier finde. Das finde ich hier nicht. ELive ist hier nicht mit aufgeführt. Aber wir wissen ja, dass es sich um ein Debian Stable handelt. Also kann ich hier einfach auf Debian Quick Setup gehen und führe dann im Prinzip alles aus, was hier gefragt wird. So, wir werden mal gucken, dass wir das Ganze hier irgendwie ein bisschen kleiner machen. So. Sehr gut. Dann möchte ich das Terminal haben. Dann auch hier das Terminal ein kleines bisschen größer machen. Sehr gut. Und auch hier ein bisschen vergrößern. So, dann können wir hier nämlich STRG-Umschalt-V und vorher noch ein Sudo reinhauen. Und erstmal Flatpak installieren. Und wie ich sehe, ist Flatpak tatsächlich schon installiert. Allerdings nicht in GNOME Software integriert. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Spotify suche, dann ist Spotify hier nicht mit dabei. So. Aber Flatpak ist auf jeden Fall installiert. Das ist sehr, sehr interessant. Und hier gibt es dann apt install GNOME Software Plugin Flatpak, welches ich ebenfalls installieren kann. Und das machen wir dann so. Sudo apt install GNOME Software Plugin Flatpak. Auch das ist schon installiert. Dann werde ich jetzt hier einfach das Flatpak Repository auch nochmal durchlaufen lassen. Und daran liegt es wahrscheinlich, dass es noch nicht im Repository verfügbar ist oder war, weil das Repository wahrscheinlich noch nicht hinzugefügt worden ist. Und jetzt steht hier, ich solle bitte das System einmal neu starten. Und das machen wir einfach mal. Einmal abmelden und Neustart. Jawohl. Und wir schauen einfach mal, wie schnell das jetzt hier mit dem Neustart funktioniert. Jawohl. Ich drücke nichts. Das macht er jetzt hier alles automatisch. Und jetzt sind wir im Prinzip schon in der Anmeldemaske. Einmal Passwort rein und neu gestartet. Und jetzt kommt die zauberhafte Startmelodie. Jawohl. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Flatpak jetzt im Software Center integriert wurde. Oh ja. Das sieht sehr gut aus. Denn wenn jetzt diese Empfehlungen hier kommen, kann man tatsächlich davon ausgehen, dass Flatup installiert ist. Weil das hat es bis eben noch nicht gegeben. Wir können auch mal so schauen. Jawohl. MuseScore ist hier auf jeden Fall mit dabei. Das muss aber erstmal nichts heißen. Sind also diverse Softwarepakete auf jeden Fall schon verfügbar. Und hier haben wir Spotify. Und das Schöne ist, man sieht hier schon direkt auf diesem Vorschau-Bildchen Quelle Flatter.org. Und wo keine Quelle steht, die kommen dann direkt aus den Debian-Repositories. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal fix Spotify. Das ist das Testprogramm schlechthin. Properitär steht hier Flatter.org. Werde ich jetzt hier einfach installieren. Das sollte nicht allzu lange dauern. Wobei das das erste Flatpaket ist, was ich jetzt hier installiere. Und da kann es schon einen Moment dauern, weil die ganzen Abhängigkeiten ebenfalls erstmal nachgeladen werden. Und das braucht immer einen Moment. Die Installation ist durch. Jetzt könnte ich das hier starten. Aber ich schaue mal, ob das Ganze hier unter Audio auch hier verfügbar ist. Jawohl, auch hier ist Menü Spotify schon verfügbar. Und doch nicht, weil er öffnet jetzt einfach die Web-Version von Spotify. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ah je. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwo anders noch Spotify finden im Menü. Games bestimmt nicht. Grafik, Network auch nicht. Office, nee. Utilities, so Utilities auch nicht. Video nicht. Administrativ auch nicht. Und Settings nicht. Also hier ist es nicht verfügbar. Ich kann es aber hier starten. Und dann öffnet sich Spotify als Software quasi. Und das ist doch schon mal gut, dass das auf jeden Fall funktioniert. Und ja, so funktioniert das Ganze. So, was gibt es dann also zu eLive zu sagen? Wie läuft mein Fazit? Wie fällt mein Fazit aus? eLive ist jetzt nicht das schlechteste Betriebssystem. Und vor allem für all jene, die das Enlightenment-Desktop sehr schön finden. Für die ist eLive durchaus ein sehr, sehr schönes Betriebssystem. Auch mit dem, was alles daherkommt, ist das absolut benutzerfertig auch. Wenn man es quasi auspackt, also installiert, ist alles da, was man braucht. Und somit wirklich ein tolles System. Die Installationsroutine finde ich tatsächlich auch sehr gut. Es ist mal was anderes. Es ist jetzt kein Calamaris-Installer oder ähnliches, was wir von anderen Systemen schon gewohnt sind. Das heißt, eLive hat seinen eigenen eLive-Installer. Und der ist absolut tadellos. Man kann sich Software aussuchen, was installiert, was installiert werden soll und so weiter. Und es ist unglaublich intuitiv und sehr, sehr schnell zu begreifen. Was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist, dass das deutsche Sprachpaket automatisch erkannt wurde oder das Deutsch als Location automatisch erkannt wurde und auch gleich aktiviert wurde schon während der Installation. Also dafür wirklich sehr, sehr großes Lob. Was mir nicht so gefällt, ist der Zugriff auf eLive als System überhaupt. Auch wenn das System insgesamt für sehr alte Systeme eher geeignet ist, finde ich es sehr schade, dass es erstmal nur eine 32-Bit-Version von dem Betriebssystem verfügbar ist. Und dann muss man auch noch eine Stunde warten, damit man überhaupt einen Download-Link bekommt. Ich habe den Download-Link jetzt mittlerweile auch bekommen per E-Mail und habe das jetzt aber absichtlich nicht mehr installiert, weil das genügt ja hier, es ist ja nur ein kleiner Versionssprung gewesen, dass man bereits einen positiven Blog oder eine positive Bewertung in einem unabhängigen Blog schreiben muss, damit man überhaupt die 64-Bit-Version herunterladen kann. Das halte ich eher tatsächlich für eine Frechheit, will ich mal sagen. Und auch dieses permanente Phishing for Donations ist ebenfalls eine sehr, sehr fragwürdige Praxis, die auch nicht sehr, sehr souverän und sehr vertrauenswürdig wirkt. Denn wenn Leute ein Betriebssystem sehr gut finden und diejenigen Entwickler auch unterstützen möchten, dann spenden sie auch von selber oder bringen sich anderweitig ein. Man braucht nicht die ganze Zeit herumjammern, dass ja das ganze System nur deswegen an Leben erhalten kann, wenn du mir unbedingt Geld überweist. Nein, das ist nicht wahr. Projekte können auch anderweitig nicht nur ausschließlich über Geld am Leben erhalten werden. Es gibt sicherlich auch noch genug freiwillige Helfer, die zum Beispiel Speicherplatz, Serverplatz zur Verfügung stellen, die mit den an Programmen und Projekten arbeiten, die an den Übersetzungen arbeiten. Auch so etwas hält ein System am Leben. Man muss nicht permanent bei jedem Klick nach Spenden betteln und wie gesagt, eine 64-Bit-Version als kostenfrei bereitzustellen, wenn man doch bitte spendet oder eine positive Rezession schreibt, ist eigentlich meines Erachtens eine bodenlose Frechheit. Und das und diese Gier, diese unhaltbare Gier, finde ich hochgradig unseriös, zumal das System sich selber als absolut innovativ verkauft und als etwas ganz Besonderes, weil ja alles dabei ist. Ein System wie dieses gibt es schon mittlerweile wie Sand am Meer. Ja, wie gesagt, ich habe viele, viele Betriebssysteme hier schon auf meinem Kanal und da ist angefangen von Linux Mint zu Elementary OS, zu Zoran OS und noch viele, viele andere wirklich tolle Projekte, die auch sehr, sehr anfängerfreundlich sind. Einfach mal ein bisschen durch meine Bibliotheken stöbern. Viele sind dann auch gekennzeichnet mit anfängerfreundlich und die auch direkt nach der Installation wirklich sofort out of the box funktionieren mit der besten Software und aktuellen Software, die es drauf gibt. Also es braucht hier nicht so ein gieriges System, um an die ISOs ranzukommen. Und deswegen kann ich eLive für Anfänger absolut überhaupt nicht empfehlen. Tut mir leid. Das erste System, welches ich nicht empfehle. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Das erste System, welches ich nicht empfehlen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020